Also eine gebrochenrationale Funktion und ich mache das Übliche. Ich setze erst einmal, ich suche erst die Nullstellen. Dazu muss ich den Zähler gleich 0 setzen, also x²-2x gleich 0. x ausklammern habe ich x-2 gleich 0. Hier x ist 0, das Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. x ist 0 für x gleich 0, also x1 gleich 0. x-2 ist 0 für x2 gleich 2. Da habe ich zwei Nullstellen, bin glücklich. Und jetzt kommt die Lücke, maximal mögliche Definitionsmenge, Lücke, irgendwas. Also ich muss den Nenner gleich 0 setzen. x²-3x plus 2 gleich 0, das geht mit der Mitternachtsformel. Und dann bekomme ich x1 ist 1 und x2 ist 2. Man kann schreiben, die maximal mögliche Definitionsmenge ist R ohne 1, 2. Und an der Stelle wird es spannend. Ich habe hier eine Nullstelle bei 2, aber 2 gibt es überhaupt gar nicht. Und damit kann es auch keine Nullstelle sein. Also das klammere ich mal ein und sage, also Nullstellen, korrigiere mich, ist x1 gleich 0, eine einzige Nullstelle. Und in dem Fall ist die 2 aber diese berüchtigte hebbare Lücke. Also während die 1 eine echte Polstelle ist, also bei der 1, wenn hier die 1 ist, dann saust der Graph gegen unendlich. Aber bei der 2 tut er das eben nicht. Das sieht man, wenn man diese Funktion faktorisiert. Also ich hatte ja, y ist gleich. Im Zähler habe ich, also mal ausführlich, x²-2x durch x²-3x plus 2. Den Zähler kann ich schreiben als x mal x-2. Und den Nenner kann ich schreiben als x-1 mal x-2. Das heißt, das würde sich kürzen lassen. Also ich habe dann nur noch x durch x-1. Das wurde künstlich kompliziert gemacht. Und an der Stelle sieht man es nicht mehr. An der Stelle würde man es sehen. Wenn das hier mein f von x ist, machen wir es so. Das ist mein f von x. Dann würde der Physiker einfach sagen, f von x ist x durch x-1 und Ende. Aber der Mathematiker sagt, nee, das sind zwei verschiedene Funktionen. Weil bei der oberen, bei der gelben Funktion, da ist die 2 eine Lücke. Und bei der blauen Funktion ist die 2 keine Lücke. Das heißt also, für den Mathematiker ist das was Neues. Da sind sie ein bisschen sehr genau. Und deswegen ist das eine Funktion, die genauso ausschaut wie x durch x-1. Aber, Moment, hier löschen wir mal das ist gleich. Damit es präzise ist. Das ist die Funktion. Und so kann man es sich denken. Wie schaut es aus? Gehen wir mal in GeoGebra. Hier habe ich die Funktion gezeichnet. GeoGebra sagt, ach, das ist das gleiche wie x durch x-1. Also eine Nullstelle bei 0 und die Waagerechte Asymptote. Und eine Senkrechte Asymptote bei 1, weil das verboten ist. Und die sind dann ein bisschen schlampig. Aber der Mathematiker sagt, nein, die 2, also hier für x gleich 2 ist es verboten und malt deswegen einen Kringel. Und dann ist klar, also die Funktion ist diese Funktion ohne die 2. Ja, diese Nullstelle, die geht durch. Das ist, der Kringel ist nur eine Mathematiker. So schaut es aus. Genau, zurück da. Genau, und das, jetzt habe ich Lücken, Nullstellen, Asymptoten. Also die senkrechte Asymptote ist bei x gleich 1. Die Waagerechte Asymptote ist bei y gleich 1. Warum, erkläre ich hier nicht in einem anderen Video. Und die hebbare Lücke ist bei x gleich 2. Und Nullstelle haben wir auch schon und das war die ganze Funktion. Ja, vielleicht jetzt, wer immer noch dran bleibt, wie baut ein Lehrer so eine Funktion? Also andersrum, ich habe eine Funktion, eine ganz einfache f von x gleich 1 durch x. Wie mache ich das? Ich ergänze das einfach durch ein x minus 7. Ja, x minus 7. Und dann habe ich, und dann rechne ich zusammen. Ja, also x minus 7 durch x Quadrat minus 7x. Und das ist jetzt prompt eine Funktion mit einer hebbaren Lücke bei x gleich 7. Keine Pullstelle. Die Pullstelle ist bei 0. Also das wäre so andersrum. Und dann laeroberchalt. Und dann le Oğlum das bin ich. Und dann werde ich sagen. Ich 가져char das später in meiner Woche.